Als die Vorbereitungen für den Neutraublinger Seelauf begannen, wusste noch niemand, dass es einer der erfolgreichsten Auftritte des Armin-Wolf-Lauf-Teams werden sollte. Zum ersten Mal war Neuzugang Jonas Fischer für das Team mit dabei und bekam als erstes Trikot und Ausrüstung. Vom Future-Team waren unter anderem Amelia Zimmermann und Moritz Pscheidel mit dabei. Sie starteten beim Charibari-Kinderlauf. 4, 4, 3, 2, 1, go! Beide schlugen sich wacker. Dann folgte der 6-Kilometer-Lauf, bei dem Jonas Fischer als Favorit ins Rennen ging. Zwischendurch gingen die Bambinis auf die Strecke. Fürs Future-Team liefen Caroline Bartsch und Magdalini Alexandra Mergianiotes mit. Es war ein einsames Rennen für Jonas Fischer und er feierte einen überzeugenden Startziel-Sieg. Ja, es war ein super schöner Lauf. Mir war das sehr wichtig, weil ich gerne Projekte vom Armin unterstützen möchte. Und insofern habe ich heute einen guten Trainingslauf gehabt. Da kann man zwei Sachen verbinden. Und somit war eine schöne Veranstaltung. Mich bringt es weiter. Armin kann ich ein bisschen unterstützen. Ich fühle mich wahnsinnig wohl schon. Im Team wurde super aufgenommen. Also alles perfekt heute. Hinter Jens Wulff kam das nächste Teammitglied herein. Martin Veltl wurde Dritter. Dann folgte der Gala-Auftritt der Teamdamen. Jessie Neiser wurde Erste. Die Schweizerin Christina Salanitri Dritte. Über die zehn Kilometer war das Armin-Wulff-Lauf-Team so gut aufgestellt wie noch nie in Neutraubling. Und das machte sich auch bei den Platzierungen bemerkbar. Hinter Sieger Marco Pscheidel belegten Vinod Kuma-Shrinivas, Felix Poczatka, Sebastian Bauer und Oliver Köhler die Plätze 2, 3, 4 und 5. Welch ein toller Erfolg. Einen Dreifach-Sieg feierten die Damen. Sabine Dollinger, fit gemacht im Trainingslager in Andalusien. Kirsten Moritz und Birgit Hiel holten sich die Podiumsplätze. Für Weda Eres war es ein Trainingslauf für den Regensburg-Marathon, bei dem sie sich über die 10,5 Kilometer Strecke den Sieg holen sollte. Sonja Errington und Holly Zimmermann kompletierten die Mannschaft. Der Neutraublinger Seelauf ist eine Benefizveranstaltung. Der Reinerlös geht an das Thomas-Wieser-Haus in Regenstauf und an den Weißen Ring. Eine Spende über 3000 Euro gab es von Personal Hofmann. Das Armin-Wulff-Lauf-Team legte 800 Euro drauf. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020